Was verbindest du mit Sören Bauer Events? Sören ist natürlich dafür bekannt, dass er im Prinzip verschiedene Formen der Medien zusammenbringt, was ich ganz toll finde. Er macht ja Movie Meets Media, Music Meets Media und das ist immer eine ganz, ganz tolle Plattform mit Branchen, Verwandten, Leuten zu talken. Was ist für dich einzigartig an dieser Veranstaltung? Es ist ein bisschen so wie so eine Messe. Man sieht sich irgendwie ein Jahr lang nicht und dann sieht man sich wieder und sagt so, ah ja, okay und irgendwie meistens mündet das irgendwie in netten Business Opportunities. Konntest du auf den Sören Bauer Events bereits Synergien knüpfen? Also hier auf den Sören Bauer Events habe ich einige Bekanntschaften gemacht, die mir sehr geholfen haben. Danke Sören. Dann danke dir für die Zeit und viel Spaß heute Abend. Sehr gerne.